hallo hallo der rettungsdienst hotel am eichenwall oder ist doch hier in unserer leitstelle ging ein notruf ein und derjenige der notruf abgesetzt hat hat aufgelegt und die telefonverbindung ist irgendwie abgebrochen was wir nur wussten war wie er hieß nämlich entsprechend kai schmidt und dass er es irgendwie mit dem hotel zusammengehangen hat dort in der nähe hat er sich aufgehalten aber wo genau das war nicht ganz klar das mussten herausfinden und schnellstmöglich loslegen ich frage einmal die repräsentation ist ja ein moment perfekt entschuldigung da sind welche von sanität ja ja hallo hallo entschuldigung der rettungsdienst kennen sie einen kai schmidt sagt ihnen der namen ja kai schmidt ist unser fitness trainer ja wir wurden alle mit von kai irgendwie wurde anruf abgebrochen oder notruf sind wir zwar hier aber wir wissen jetzt auch nicht genau was jetzt hier sache ist der ist doch mit meinem mann martin unterwegs sie sind doch im wald ja ich glaube die wollten nordic walking machen ich und mein mann haben diesen sporturlaub gebucht weil vor ein paar monaten hat er die diagnose bekommen dass er osteoporose hat jetzt muss er natürlich lernen schon sport zu machen ja mir ist dann der trainer kai aufgefallen und hat mein mann davon erzählt was für einen schönen körper er hat obwohl ich weiß wie eifersüchtig er sein kann das heißt wenn er im wald ist und notruf abgesetzt hat dann ist er sicherlich in gefahr wird uns nicht einfach so gerufen haben das heißt wir müssen eigentlich dringend wissen wo er ist können sie uns das irgendwie beschreiben wissen sie die route oder irgendwas nein die haben nur gesagt dass die vor einer stunde vor anderthalb los wollten und ich warte auf die ich hoffe dass mein mann mit kai keinen streit angefangen hat und ihn als konkurrent sieht und ihm seine männlichkeit sportlich unter beweis zu stellen er kann schon impulsiv sein aber ich hoffe dass es nicht zum streit ausgeartet ist jetzt auf streife die spezialisten die retter und franziska machen sich mit hilfe eines angeforderten hundeführers auf die suche nach den beiden männern franziska befürchtet dass es zwischen ihrem mann und dem fitnesstrainer beim nordic walking zu einem eifersuchts drama gekommen sein könnte das wird durch einen fund im wald befeuert das ist der formaten die dringlichkeit erhöht das noch mal massiv weil wir haben den notruf wir haben hier einmal den nordic walking stock mit dem blut dran das spricht eigentlich dafür dass sie in gefahr sind der blutige stock hat viele fragen aufgeworfen ist mein mann wirklich auf kai losgegangen wegen meiner schwärmerei zu ihm ja als wir im hotel waren habe ich eine bemerkung über den fitnesstrainer gemacht dass er einen schönen körper hat und wenn man das schon ein bisschen eifersüchtig und ich hoffe jetzt nicht die die sind im streit und hast du dass jetzt ihr freund oder fitnesstrainer trainer sich immer da gefetzt haben hier oder was ich sagen die hört man dann hinterher ja könnten sie so was ihrem mann zutrauen oder ist das also würde der mit so einem ding da den trainer angehen also er hat vor ein paar monaten die diagnose 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 osteoporose bekommen also osteoporose bedeutet ja im prinzip dass die knochen sehr leicht brechen das heißt wenn er irgendwie geschlagen wurde oder gefallen ist oder was auch immer dann brechen die knochen viel viel krasser als bei leuten die eben keine osteoporose haben das heißt also er könnte eventuell noch viel viel schwerer verletzt sein als wir uns das aktuell gerade vorstellen können wir jetzt noch ein bisschen weiter gehen wenn jemand osteoporose hat dann sind die knochen sehr sehr weich das heißt wenn jemand sich beispielsweise stürzt oder verletzt dann kann es sein dass ein knochen viel viel schneller bricht als bei jemanden der keine osteoporose hat und das ist natürlich sehr sehr gefährlich denn jeder stürzt mal jeder haut sich mal irgendwie versehentlich den ellenbogen oder ähnliches an und bei osteoporose patienten sind dann diese körperteile ganz schnell auch mal ganz sicher gebrochen das ist der rucksack von martin komplett zerfetzt die sachen sind ja alles komplett zerfetzt was ist da passiert so sei der rucksack doch bestimmt nicht aus als er losgelaufen nein nein ich muss hier sind die letzte zeit wölfe gemeldet worden wölfe gesichtet also echte wölfe im wald hier in dem wald jetzt muss das nicht heißen dass das damit was zu tun hat ja aber damit will ich nur sagen dazu trotzdem ganz vorsichtig sein müssen in den rest was wir gleich noch machen ja als der polizist erwähnt hat dass ein wolf im wald sein soll habe ich richtig angst bekommen und meine sorge wurde dadurch immer größer ob ehemann martin und fitnesstrainer kai beim nordic walking vielleicht auf einen wolf gestoßen sind oder ob martin aus eifersucht tatsächlich gewalttätig wurde bleibt für franziska und die retter undurchsichtig doch dann schlägt der suchhund an martin 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 vielleicht ist er jetzt vernehmungsfähig vielleicht kann uns was sagen da müsste jetzt mal abwachen okay aber lass uns mal arbeiten hier auf jeden fall eine kopfplatzrunde das heißt wenn wir das mal jetzt wirklich zusammenfassen es könnte sein dass er von dem wolf gewissen wurde ja erst nicht auszuschließen wir haben am rücken des patienten einen biss gefunden einen großen bis ein wirklich dramatisch tiefen bis und als wir den gesehen haben da lief mir wirklich ein schauer über den rücken weil solche bisse sieht man nicht alle tage und das könnte ein sehr sehr großer hund sein aber auch der wolf das könnte natürlich auch der wolf gewesen sein tollwut als gefährlichste krankheit überhaupt kann dort übertragen werden und der patient befindet sich in akuter lebensgefahr da sportler kai zu seiner bissverletzung noch nicht befragt werden kann fordern die einsatzkräfte sicherheitshalber einen veterinär an der das offenbar gefährliche tier im wald außer gefecht setzen soll derweil macht sich franziska weiterhin die größten sorgen um ihren immer noch vermissten ehemann aber was ist mit meinem mann der ist doch jetzt auch hier alleine können wir ihn nicht weitersuchen gehen und wir beide gehen rüber und wir gucken nach ihnen das ist doch wir müssen unbedingt auf dem veterinär warten das ist viel zu gefährlich für alle also wir haben jetzt hier einen patienten wir haben natürlich ihn noch der vermisst ist aber das problem ist wenn jetzt hier wirklich ein wolf unterwegs sein sollte wissen wir nicht ob er alleine ist mit mehreren und dann haben wir ein ganz dickes großes problem wir warten noch bis der veterinär da ist der hat dann entsprechende maßnahmen mittelwaffen wie auch immer und auf alleine gehen wir auf gar keinen fall weiter das geht nicht für uns war super schwierig vor polster immer und immer wieder zu erklären dass wir jetzt nicht direkt losgehen konnten und ihr mann weiter suchen konnten sondern erst mal zusammen bleiben mussten weil irgendwo draußen ist ja entsprechenden wolf der eventuell uns auch angreifen könnte so dass ich natürlich voll und ganz verstehen kann dass sie sagt okay ihr mann braucht dringend unsere hilfe ihr mann ist eventuell verletzt das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich aber wir mussten in dem fall trotzdem ihr nüchtern und sachlich erklären dass wir erst mal hier zusammen bleiben mussten um unser eigenes leben zu schützen nachdem der veterinär mit einem betäubungsgewehr im wald eingetroffen ist kommt patient kai dank der erstversorgung langsam wieder zu sich dass der 35 jährige von einem wolf angegriffen wurde hält der erfahrene veterinär eigentlich für unwahrscheinlich das glaube ich ihnen mal ich werde sich weiterhin patienten belästigen damit normalerweise kommt das aber nicht vor bei wölfen sind eigentlich friedliebende tiere aber es gibt im moment habe ich mehrere anrufe gekriegt die tage von an versprengten rohr wolfsrudel und es kann vielleicht sein dass ein vereinzelter wolf da muss ich ja bitte also wir sind praktisch hierher gelaufen und auf einmal stand dieses vieh vor uns da hat mich auch direkt angegriffen ohne vorwarnung was war es jetzt mit wie und also ich identifiziere es als wolf ok gut und mein kollege also ihr mann hat sich dann noch dazwischen geschmissen nachdem er mich schon angegriffen hatte wo sie dann hin sind ich habe keine ahnung ich weiß es nicht also mein mann ist jetzt mit dem wolf hier komplett alleine der wird schon nicht mit dem zusammen weggelaufen sein das könnte sein das können wir nicht ausschließen aber zuallererst muss man den wolf finden und das ihre aufgabe gut dann will ich dass sie es tun sehr gut als wir dann kai gefunden haben und sich das bestätigt hat dass ein wolf da ist hatte ich richtig angst um mein mann und noch mehr sorge wo war er jetzt wurde er genauso verletzt war es schlimmer das war die hölle für mich der veterinär entdeckt wirklich einen einsamen wolf im unterholz und versucht das tier mit einem gezielten schuss zu betäuben jetzt warten wir noch bis das betäubungsmittel wird ok und dann gehen wir runter ja und dann schauen wir uns mal das arme als der veterinär kurz darauf entwarnung gibt dass der wolf inzwischen betäubt ist suchen die retter und franziska so schnell wie möglich die umgebung nach ehemann martin ab und tatsächlich finden sie den 46 jährigen ganz in der nähe hinter einem umgestürzten baum martin der wolf ist erledigt gott sei dank der wolf ist auf jeden fall betäubt wie geht es zu ihnen ich glaube ich habe mein fuß dank ihren fuß sind sie irgendwie gebissen wichtigste frage irgendwo und ist nur ein wolf hat sich angegriffen nein es ist nur mein fuß sind sie gestolpert oder was ich wollte ich wollte ich wollte flüchten vor dem wolf und jetzt hier über diesen baumstamm oder ja ich weiß nicht ich habe nur nur die schmerzen von der atmung ist erst mal kein problem das geht schluft kriegen sie alles alles ok 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 ich gucke mir einmal kurz den fuß abend ja ich tut es hier oben ich bin ganz vorsichtig auf jeden fall also ihren kollegen mit dem sie joggen waren oder worten waren den haben wir auch gefunden oh guck mal thomas wie sieht das denn hier aus richtig heftig tut das hier weh können sie die zehen einmal bewegen ganz schwierig das tut echt weh okay das ist von dieser scheiß osteoporose alles klar gut also wahrscheinlich haben sie sich das sprunggelenk gebrochen angebrochen das ist ja schon also oder das hat sich schon ordentlich zu hauen das hat es sehr hauen ja manche mir tat das so leid wirklich ich bin echt froh dass hier nichts schlimmeres passiert ist und nicht von wolf angegriffen wurde wirklich sorry ich habe mich so ein bisschen herausgefordert gefühlt auch mehr deine sprüche und so wie du da so mit dem trainer so umschwärmt hast hast ich meine bin ich eifersüchtig geworden weil ich meine ich werde niemals so ein body haben aber deswegen habe ich den trainer auch gebeten hat dass wir so ein bisschen weg hier so ein bisschen anspruchsvolleres gebiet haben damit ich ein bisschen besser trainiert bin aber dann kann man dieses blöde ich hab damit den stock und dann habe ich da noch das essen verteilt und bin abgehauen ihr scheiß bin ich darüber gestolpert und voll das ist wegen der osteoporose das ist ein mist echt als wir da mein mann gefunden haben bin ich richtig erleichtert gewesen dass es nicht schlimmer gewesen ist und es nur beim bruch geblieben ist jetzt muss ich ihn natürlich so gut wie es geht bei der genesung noch mal unterstützen und auch als kleine wiedergutmachung dafür für meine schwärmerei für kai und jetzt sagen sie noch mal genau wie sind sie jetzt hierher gekommen also sind sie vom wolf weggerannt oder haben sie mit dem wolf gekämpft das ging eigentlich auch alles so schnell waren halt worken und plötzlich war dieser wolf da und der hat uns irgendwie angegriffen also mein trainer und ich habe damit den stock da auf den rauch dann wusste ich auch nicht weiter dann habe ich das proviant halt genommen und so ein bisschen verteilt und dann hat er auch von uns gelassen ich bin dann abgehauen und schnell ja dann bin ich halt hier über den baumstamm irgendwie gestolpert und blöd aufgekommen also haben sie richtig gefaltet dann das war das haben sie sehr sehr gut gemacht also eigentlich sagt man ja eher zurückhaltend sein bei so einer gefahr aber wenn sie nichts gemacht hätten hätte sie wahrscheinlich zerfleischten also da ging nicht anders bei martin wurde ein bruch des sprunggelenks festgestellt der trotz seiner chronischen knochenerkrankung gut verheilte und auch fitnesstrainer kai erholte sich schnell der betäubte wolf wurde in eine auffangstation für wildtiere gebracht franziska hat ihrem mann nach den ereignissen klargemacht dass sie ihn so liebt wie er ist und er niemandem etwas beweisen muss